Dies ist eine Visualisierung des präzidierenden Rades. Die Achse einer Fahrradfelge wird einseitig aufgehangen. Zunächst halten wir die Achse waagerecht. Nun wird das Rad in Rotation versetzt. Dadurch erhält es einen Drehimpuls, welcher parallel zur Achse ausgerichtet ist. Im Schwerefeld der Erde könnte man nun erwarten, dass das nur einseitig gelagerte Rad nach unten fällt. Doch verglichen mit einem Massepunkt reagiert ein rotierender Kreisel anders. Er präzidiert. Das heißt, der Kreisel beginnt, sich um die vertikale Achse seiner Aufhängung zu drehen. Zur Visualisierung sind hier die Geschwindigkeiten unphysikalisch gewählt. Die Rotation des Rades wäre viel schneller. Ein Video des echten Experimentes gibt es im Lehrportal der Uni Göttingen.